Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Leech of Legends. Ich drehe meine Kreis rund um... Ich drehe meine Maus rund um Kreis, nicht meine Kreis rund um Maus. Beim Free-to-Play-Game, was sich jeder kostenlos downloaden kann und ich wusste, dass genau das passiert. Ja, äh, wunderbaren schönen guten Tag auch von meiner Seite, Daniel von der GamesOS, 95 am Apparat. Er heißt... Tonaufnahme. The Night Mass 77. Er heißt Tonaufnahme. Ach, schön. Den müsst ihr jetzt nicht verstehen, ist auch scheißegal. Nee, also bei uns im Team haben wir auf jeden Fall... Sohna, nach langer, langer Zeit mal wieder, alias ich, ihr kennt mich ja, ihn, er hat sich gerade vorgestellt als Master Yi, Gangplank, Wladimir und Strindermeer, die Namen lese ich jetzt einfach mal jetzt vor. Bagger, Bamselol, 1, 2, 3 und La... Lazab. Ich hab da was gehört. Okay, da war ein gegnerischer CV. Cool. Den ich ja nicht mitmachen. Soll ich das Gegnerteam vorlesen? Da musst du mich immer protecten. Oh mein Gott, it's Soraka. Oh mein Gott, it's Salon. No, no, no. How to inform her, Soraka. Okay, die Gegner zu ihm, Soraka, Jax, Shako, Talon und so. Ja, Nash. Sie heißt so. Und Shako ist ein ugly Amerikaner. Ja. Und Soraka spielt gerne Elder Scrolls und lass mal in den Busch da reingehen. Nö. Okay, dann nicht. Elder Scrolls, wie kommst du damit auf Elder Scrolls? Ich weiß nicht, ich hab Skyrim mit Mocke gehört. Ja, aber ich suchte es, aber ob... Warum lützt vielleicht so es nicht, hm? Nee. Ja. Dauert erstens zu lange, weil ich schon so viele Endlustprojekte habe und zweitens... Nee. Also wenn ich, wenn das wirklich jemand sehen möchte, dann schaltet er nach zwei Folgen wieder ab. Ich stehe übrigens in mir drin. Schön noch zu wissen, dann kann man ja noch Slash Dance... Nee, Slash Ford. Geht eigentlich Slash F9? Mal gucken, ob jetzt bei allen steht... Gegen das TV, hallo. Early to Surrender. Ups. Das würde mich jetzt interessieren, ob das wirklich bei allen steht, it's too early to surrender. Ja, Nachricht. Bei mir nicht. Schase, okay. Okay, ich muss wieder meine magische Grenze des Level 6 überschreiten. Aua. Denn ich habe eine magische Grenze, meine Damen. Oh no, Bananas. Nee, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ja, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber fick dich ins Knie, ich hab Bulimie. Das war jetzt ziemlich eine Ansage von so vielen schlechten Sachen. Und unsere Master Yi, Sona Lane ist so ziemlich unbeatable im Moment. Ja, sobald ich Level 6 bin. Ja. Davor schon. Oh nein, die Banane macht so ein Damage, oh Gott. Ich meditiere mal vor deren Nase. Ganz pinnig dran. Das interessiert sie nicht. Nee. Das interessiert sie nicht. Aber das interessiert sie. Ach, schade, ich habe keinen angepokt. Aber er mich auch nicht. Oh, Soraka, ihren Starkol. Okay. Okay. Ich darf schon mal einen Mana-Pot reinschmeißen. Uff. Am Anfang, am Anfang ist das so scheiße, da bin ich ständig out of Mana, aber im Endgame, Mana, wer braucht die schon? Habe ich mehr als genug von. Bei der wäre es ein sehr schönes Team-Fay. Jawohl. So, jetzt bin ich. Wir sind gut, MT. Ab. Woher kommt der Erden? Ich werde nicht sterben, ich werde nicht sterben, ich werde nicht sterben. So wie es auch nochmal, ne? Das ist cool. Okay, ich hätte ein Wort platzieren sollen. Wir wissen schon mal, Shaco gankt early. Ja. Für solche Fälle habe ich einen Heal-Pot dabei. Soraka. Gonna die, bitch. SS. Yes. Shaco könnt ihr noch irgendwo sein. Oh, sehr schön. Pfff. Shaco könnt ihr irgendwo sein. First Blood. First Blood und Shaco. Wie gut. Oh, langsam mache ich den Damage. Langsam mache ich den Damage. Mit Level 3 fängt es langsam an. Oh, Soraka. Oh, vielleicht die Gnade. Nein, das war leider nichts. Aber... Ne, hat sich geheilt, okay. Ich vergaß, dass man den Supporter nicht unbedingt fokussieren sollt. Warum nicht? Man macht den so viel Damage und das einzige Problem bei einem... Und sie muss back. Ja, das einzige Problem ist halt wirklich der Heal. Aber man kann ja eigentlich easy fokussieren. Die halten halt meistens nicht viel aus. Es sei denn, das sind so OP-Tanks wie so, ne? Ja, der hat mehr Leben als ich. Guckt euch das an. Nur wegen so einem Fuck-Ruhen, ey. Das ist Wahnsinn. Okay, wenn ich da jetzt meinen Alpha... Oh, langsam mache ich meinen Damage. Nein, mache werde ich gedamaged vom Tower. Nein, der Tower lässt mich schön in Ruhe. Ich glaube, da dachte ich wäre back oder so. Auf jeden Fall war das jetzt nicht zu. Bullseye me. Ja, okay. Ja. Er ist wieder in seinem Unnötigkeits-Mode heute. Nicht wundern. Das muss auch mal sein. Auch mal sein. Auch mal sein. Oh, Mama, Mama, da muss ich nur hin sein. Buh, 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 Buh. Werd den Watt da hingestellt. Ich? Gegen Shecko. Was machst du alles? Ich kriege das alles nicht mit. Ja, zum Beispiel Damage mache ich. Die kriege ich schon mit. Er killt mir immer... Er killt mir immer die Steals, ja. Genau. Ne? Mein Damage. Mein Damage. Das early Game noch nicht hinkriege. Oh nein, Zorica. Zorica, wer OP ist, äh, Champion Evoire. OP ist Supporter. Nach Sona. Ja. Von wegen, äh, Supporter wurden genervt jetzt, ne? Ja, Supporter wurden genervt. Volle genervt. Level 4, 1,5 wurden die OP gemacht. Wohoho. Vier dat Sona, oh wow. Die fokussieren mich ja nicht einmal. Okay, ich hab ja auch mehr Leben. Okay. Don't focus to tank, das erste, was Munder lernt. Kann ich mir schon... Ah, kann ich noch nicht. Och komm, mach na hier. Und hier? Äh, die war weg. Ups. Sie war weg. Sie war weg. Äh, das wusste ich euch auch. Äh, das wusste ich euch auch nicht. Die war weg. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Er macht ja schon so ein bisschen Damage, aber... Wir haben... Wir haben... Dämmblatt. Willig. Kriege ich. Gut. Gut. Guck mal, ihr Leben. Guck mal, ihr Leben. Guck mal. Ey, du. Tower Tank. Tower Tank, Tower Tank, Tower Tank. Vorbewerb. Ich sollte damit echt aufhören. Gott. All'igner sunggu̸. Da war' ne persona, deswegen... Da war ne Sona. Oh nein. Äh, 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 äh. Äh, äh, bb-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ach, warum kriegt mich der Tower denn bitte noch? Ja. Gut. Okay, nehm ich so hin. Aber auch wenn ich... Ich hab meinen ersten Kill, ich bin zufrieden. Ja, ich hab extra schon aufgehört, außerdem hätte ich weggehen müssen, weil sonst werd ich... Ja. Aber so lief's ja eigentlich ganz gut. Ich geh dann jetzt auch mal weg und kauf mir... Das kaufe ich mir... Oh, Soraka, Vorsicht, Soraka, komm! Nee, ich muss nicht auf Tanki gehen, oder? Nicht zwingend, nein, ich denke mal nicht schon da mehr, ist da, Wladimir, wenn er auf Tanki geht. Wetter schon gut. Na, ich brauche noch ein bisschen Geld, damit man meinen Gutskaufen kann. Ah, Alter! Ah, Alter! Wenn man damit denkt, äh, der denkt an... Look at my horse. Oh, das ist so amazing, dass hier läuft so gut. Oh mein Gott, es war ne Soraka. Oh mein Gott, es war ein Talon. Oh mein Gott, es ist mein Multi. Oh mein Gott, ich muss... Mussten. Schon traurig, wie ich mit zwei Attacken von mir Talon genauso viel Damage reinhaube, wie er mit einer. Weil... Ähm... Ähm... Ja, der saturated, go retard, go full retard. Das solltest du nicht machen, nee. Weil ich krieg ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr als aus diltern. Achso! Ja genau. Jetzt ist der Spruch mit go full retard, er auf dich zu. Ja, ey, ich hatte eigentlich... Ja. Okay. Ich hatte dich mit mehr Leben., 18. das war jetzt blöd ich denke da oben muss man nicht eingreifen wie die aggressiv auf mich drauf wollen das einfach nicht hinkriegen du bist ja auch nicht so oft so wie ich nö nö ich habe mehr last ist was wir die mir doch jetzt könnten die mit der mord gehen wollen sie ja nicht er hat in den enthält sind das dieser auto jetzt kann man ja und ich war hallo nein nicht aber da drin hallo ja nein dann ist es 200er kürz standard hatte er ich habe schon gehört ich habe schon gehört ich habe schon gehört ich habe irgendwo eine Box gehört zum Beispiel da auftellern äh geh raus alter er ist unsichtbar komm wohl retard bei der ich habe jetzt einfach 50 50 Chance treff ich den Klon bin ich tot treff ich den hat er sich macht hat man es daran nicht gesehen Prozent das kann sein da habe ich auch gar nicht drauf geachtet weil meine Hände riechen immer noch nach Kakao der Achtel oder das ist hallo der Talon Ups das heißt leider ist die Füße ich hatte auf dem Minion daneben gezielt cool Talon möchtest du was schon wieder gehe ich auf den und schon wieder fehlen sie Brutal bei so weit das ist eine Soraka Soraka ist so Prozent die ist da und Prozent gut danke für IP hallo oh ho ho Damage jetzt geht's Akku ich wollte wieder anfangen zu singen aber ich habe mich in letzter Sekunde besonnen er schreibt irgendwie im Noob okay bestimmt okay cool oh Heal aber egal wir sollten bei Akkus nicht bleiben Heal ist OP ist OP ist OP ist OP Scheire den Lasten habe ich leider verkackt so äh nicht so viel Damage bitte hat sich das gelohnt in der Welt damit zu machen nein hat sich nicht Pauli Mann lasstet muss mal in meiner meditativen Fähigkeit nachgehen Kalle also und jetzt tut ja sie haben so ein bisschen hier ich stehe sind das Mädchen ja meine Stimme ist immer noch nicht ganz nicht ganz da oh 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 ich habe Ulti auf Soraka sehr schön am Anfang muss man einfach solche Aktionen bringen Kills machen und sich hochfahren hier ich leite in den Perfekt vor den Towerdive was los den Towerdive was wert denn er hat jetzt kein Healer oder recht weg dann haben wir Free Tower ist der Best Tower wenn der Tower mich nicht fokussend würde dass ich voll gemeint finde von ihm ja okay ich scheiß gerade mal auf das Ignite und treue mir den sehr schön genau im richtigen Moment in dem Moment wer Flash macht das immer der beste Moment in deiner der Attacke das machen die jetzt wie auch immer sie einfach strike der genau was damit ist so wo erster für mich er für dich Blu mitnehmen Blu und die Mauer und die Obliebe Union können oder oben mit gegengt natürlich auch auf so eine Soraka gehen steckt schon von mir ist und sie interessiert das nicht dass ich auf sie draufgehe die Welt das ist ja schon anrengt Status hier Wachtung die du da kommen dass man sein sollt ihr um nicht was will sie tun ganz ehrlich war du siehst du und in Karte geht wir kriegen den auch noch zweiter Teilbusch meine Damen und Herren wow das ist erbärmlich unsere Sona Yeelane ist einfach geil ja da kann man nix ich geh mal weg und einkaufen macht das ich bin auch mal einkaufen wow zweiter Charret nach 14 Minuten okay das ist nix entgegengesetzt wird im eigenen Match ne aber okay ja nach 18 Minuten irgendwie Nexus Dawn ja das war echt episch hallo Phantom Dancer what the fuck oben verkacken sie es aber ein bisschen ist sofort Jojo ja die haben um Ohmieter die Mitte kommt jetzt drauf sehr schön echt schön gemacht das hat der 4 1 genau wie ich cool wir werden gefiedert er hat eine Art Kills habt ihr beiden alle das ist ja die mein Browsky bloody mein Brow äh hallo ich will nur nicht was ich mich sieht denn wenn die was einen jetzt on sind gehe ich von der Seite drauf so hatte jetzt keinen Bock den langen Weg zu gehen faulheit vorbewegen ich push einfach mal wie ein Blöder weil die Edge ist weg ach der ist ja schon Tower Down ach das ist ja lame pass auf unten ist das okay aber hier könnte ich mir ein Blöder holen vielleicht möchte ich ihn aber auch Vladimir haben ich fange mal den Blöder an und wenn er ihn haben will gut dass da so ein Blöder steht krallst du mal eben Support komm lass mal Barrel machen ja komm mit OP Support hier I go for a break ich weiß noch nicht ob ich das schaffe alleine ausmeditieren gut dass da so ein Drache nicht da wer klaut das ja wer geht hier Schakow ja ja es ist Solo Drachen Jack in the Box oh wow macht der Feed Damage oh wow ja wow der macht so viel Damage damit habe ich gerade wieder nicht gerechnet weil irgendwie habe ich gerade nicht dran gedacht dass Jacks ja OP war ja das kommt bei raus ähm ups da war ja ein Talon hey wie kann das denn passieren oh sehr schön geht drauf nein ok aufbuff aufbuff ja ok auf jeden Fall das try schade mein no ohne diese Soraka äh Soraka fuck it ich kann mir noch dass er es wurde ich kaufe in den Mann bei den unteren bei der Welt er und muss der Kaisern aber sein okay ich bin ich warte jetzt müssen meine BF Wort da ist Sehr schön, renn in den Gankring rein. Perfekt. Renn in den... Wow, in wie viele Champions kann man eigentlich reinrennen? Äh. Oh, Hilfe. Ja, okay, ich bin down. Okay, dann kann ich echt warten. Nein, ich bin noch nicht down. Wow, ich bin nicht down. Guter, Vladimir. Wow, er ist schuldig. So. Hat er sich unter Erschuldig gedodcht? Nö. Oh, okay. Ja, jetzt solltet ihr da ganz schnell weg. Pasch von, ich werde hier treffen. Ich werde mich hochgehen und treffen. Das ist nicht. Hallo. Hallo, so, Ersch. Kann ich schon sagen. Ah ja, schön. Wo sind die Schweine? Ersch. Ersch. Das war der West. Und unter ihrem Wolle gedockt. Adorno sind Talon. Schön. Aufmerksam. So, die werden verkauft. Und als nächstes Item brauche ich mein Defense Health. Genau. Und mein Schild. Komm, ich nehme das mit. Ach ja, das Match macht mir wieder Spaß. Ich habe mal wieder sieben Supports, mir jetzt die Hälfte. Was gefällt mir? Talon ist weg. Ich gehe nicht nach oben zu Jacks. Ich mag den nicht. Äh, Drago ist... Ja, wollte ich gerade sagen. Drago ist wieder da. Machen wir dann zu zweit. Nö, da kommen jetzt gerade alle vorbei. So, okay. Okay, jetzt hat der Drachen ja mal so keine Chance gegen uns. Gucke ich mal gleich, ob ich ihn beim Shecko, äh, beim Shecko einen Blue finde. Nee, den hat er sich gekrallt. Schade. Aber Shecko macht gerade einen anderen Blue. Ich sehe es. Hallo, Soraka. Macht ihr mal mit. So, okay. Shecko ist weg auf jeden Fall. Sehr schön. Du wirst gefiedert wieder wie ein Kamel. Jupp. Hauptsache, ich werde nicht gefiedert. Wie das letzte Mal. 11, 1, 11 Fuß. Nein. Ja. Jawoll. Ja, gerade noch davon reden, nicht gefiedert werden. Ja, komm, den habe ich mir auch reichlich verdient. Der Ulti war sauber. Äh, was macht der denn? Was macht der jetzt? Sterben? Ja, merke ich gerade. Ey, was probieren die da? Ich weiß es gerade auch nicht so richtig. Ich glaube, die wollen gleich zu werden, dann. 20. Minute ist durchschritten. Okay. Cool. Ich kaufe mir mal ein Blatt. Oh, da ist der Ash. Ich kaufe mir mal ein Blatt. Ja, kann man natürlich nicht sagen, hat Spaß gemacht. Ja, das ging verdammt schnell. Ja, war kurz, aber es hat Spaß gemacht. Mir verdient. Die Frage. Ich wurde wieder gefiedert. He, er hat ihn kamen. Aber Gott ist keine 11.11. Nein, 11.11 für die Oli haben. Ein, 11.11. Babel. Heier. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt... Oh, Skills of the Game. Sorry, musst du sein. Ich, ich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt... Let's play League of Legends, ne? Oh, muss das jetzt. Au, mein Problem hat man, glaube ich, gehört. Ich hoffe es. Bis denn. Tschüss. Schön, einfach schön. Eigentlich müsste ich an dem gleichen Takt noch mal ein kurzes Match raushauen, was 20 Minuten dauert. So, ich bin mal auf dem Klo. Bis gleich.